Schau, wenn der Bürgermeister mit Quatschheit zu zweit, die Mädels. Das macht schon was aus. Man hat doch als Oberbürgermeister keine Vorteile. Die anderen werden halt bloß Männer. Ja, ihr seid schön, das ist gut. So, haben alle fotografiert, haben alle gefilmt, dann machen wir eine Musik und machen wir los. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist gut. Applaus. Jetzt haben wir einen Applaus. Ab dem nächsten Jahr gehört, ist zur Aufnahme willkommen bei der Polizei. Ein Applaus einmal für unser Bürgermeister und für unsere Polizei. Ein Applaus. 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 Vielen Dank.